Hallo! Hallo! Wer kennt das Zeichen hier? Ganz viele, ja super. Also dann möchte ich euch bitten, das zu befolgen. Genau, liebe Kinder, liebe Studierende der Kinderuniversität, so sage ich jetzt zu euch, ihr kommt halt hier zum Studieren eine Stunde. Im Namen des Rektorats freue ich mich, euch hier an der Universität Stuttgart begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Peter Leski, also ich bin nicht der, der nachher die Experimente vorführt. Mein Name ist Peter Leski und ich unterrichte hier Mathematik. Wer von euch mag denn gern Mathe oder Rechnen? Oh, Wahnsinn! Super, super, ganz toll. Gut, wunderbar. Es gibt Leute, die mögen Mathe und es gibt Leute, die mögen keine Mathe. Aber es ist einfach verschieden. So, ihr werdet heute eine Vorlesung erleben. Das Wort Vorlesung ist schon sehr alt und es kommt aus der Zeit, in der Bücher noch selten und teuer waren und dann stand ein Professor vorne und hat aus einem dicken Fachbuch hat er dann seinen Studierenden, den Studenten, die da drin saßen, vorgelesen. Was gleich ist, also so ist das heute eigentlich nicht mehr, aber was gleich ist, ist, dass die Studenten im Normalfall zuhören und der Professor erklärt etwas. So wird es heute auch sein. Und deshalb, immer wenn es dieses Zeichen gibt, bitte Mund zu, Ohren auf. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann seid bitte nicht traurig, wenn ihr nicht aufgerufen werdet. Ihr könnt eure Fragen nach der Vorlesung auch direkt den Herrn Goudat fragen, der nachher euch den Vortrag oder die Experimente vorführt und den Vortrag hält. Oder ihr könnt es im Internet auf der Homepage der Uni Stuttgart, da gibt es dann eine Seite für die Kinderuni, da könnt ihr die Fragen stellen und sie werden euch sicher alle beantwortet. So, jetzt geht es aber noch um etwas. Es gibt ja heute hier Experimente und wenn euch die gefallen, dann könnt ihr dem Herrn Goudat zeigen, dass die Experimente toll sind. Wie macht man denn das? Wisst ihr das? Ja, vielleicht ein bisschen besser noch. Nicht klatschen. Nein, man klatscht nicht, sondern man klopft. Wow, super. Ihr seid super. Toll, dass ihr alle da seid und dass ihr so gut mitmacht. Ja, also, ich habe jetzt gehört, dass ihr laut klopfen könnt, aber in der Vorweihnachtszeit, da geht es ja eher besinnlich zu. Da zündet man Kerzen an und um Kerzen wird es halt auch gehen, aber nicht um so normale Kerzen, sondern um Wunderkerzen. Der Herr Professor Goudat, der ist hier für Chemie zuständig, an der Universität Stuttgart, der unterrichtet Chemie und wird euch mit seinen Experimenten zeigen, wie so Wunderkerzen Funken sprühen und ob sie auch vielleicht unter Wasser brennen. Dabei wird es vielleicht auch mal rauchen oder es werden Funken sprühen. Es soll auch ein bisschen stinken, habe ich gehört, aber keine Sorge, der Herr Professor Goudat weiß, was er macht. Er ist ein Fachmann und seine Leute auch. Und ihr seid keine Fachmänner und Fachfrauen, deswegen sollte die Experimente, die ihr hier seht, nicht nachmachen. Ganz ernst, weil das ist gefährlich zum Teil. Oder sind alle gefährlich, ich weiß nicht ganz genau, welche alle kommen, aber auf jeden Fall ist es gefährlich, mit Feuer zu spielen. So, lieber Herr Goudat, nun überlasse ich Ihnen das Reden und euch wünsche ich allen eine schöne Vorlesung. Na, jetzt klappt das wieder nicht. Danke. Ja, hallo Kinnas. Ja, ihr habt ja jetzt gehört, ihr seid hier in der Vorlesung und in der Universität. Wir haben ein Thema, das stand auch schon in der Zeitung, warum macht eine Wunderkerze Sterne. Und ich habe auch schon lange vorher in der Zeitung gelesen, dass ich diese Vorlesung machen soll. Also mich, ihr habt ja noch nicht kennengelernt, aber meinen Namen habt ihr in der Zeitung gelesen. Aber in Wirklichkeit mache ich diese Vorlesung nicht alleine. Es sind, merkt ihr hier, eine ganze Menge Leute daran beteiligt. Einige von denen nehmen uns auf und filmen alles, aber es gibt auch zwei, die sind ganz wichtig, weil die nämlich an den Experimenten selber mitmachen. Und das sind, na, jetzt klappt es wieder nicht, doch. Das sind der Herr Schmol und der Herr Jockers. Der Herr Jockers ist derjenige, der hinten am Tisch sitzt und der ist dafür verantwortlich, dass es in dieser Vorlesung mit der Beleuchtung ganz gut klappt. Weil ihr wisst ja auch selber, das hat der Herr Leschke schon erzählt, in der Weihnachtszeit hat man, oder Wunderkerzen, Kerzen sind eigentlich was für die Weihnachtszeit, aber Kerzen sind nicht so richtig hell. Und hier im Hörsaal ist es ziemlich hell. Und wenn man jetzt Kerzen schön brennen sehen will, dann muss man im Hörsaal zwischendurch ein bisschen dunkel machen. Aber das wird nie für lange sein. Und ich sage das auch nur, damit er nicht plötzlich erschreckt. Huh, plötzlich ist kein Licht mehr da. Ist auch nichts kaputt gegangen dann. Das machen wir mit Absicht. So, und der Zweite, der mitarbeitet, das ist der Herr Schmol. Der steht hier neben mir. Und der wird halt die Experimente richtig machen. Und jetzt könnt ihr euch fragen, ja, wenn ich die Vorlesung mache, warum mache ich die Experimente nicht selber? Die Antwort ist ganz einfach. Weil Experimente zu machen und die Experimente gut zu machen, da muss man sich sehr konzentrieren. Und man muss gleichzeitig natürlich auch die Experimente erklären. Wir müssen ja ein bisschen erklären, was wir hier machen, sonst habt ihr nichts davon. Und das ist einfach zu viel Arbeit für eine Person. Deswegen bin ich hier, ich erkläre euch ein bisschen, was hier abläuft. Und der Herr Schmol wird es vorführen. Und dann müsst ihr auch immer, damit der Herr Schmol sich konzentrieren kann, immer schön leise sein. So, und jetzt ist eigentlich nur noch eine Frage ganz wichtig. Warum hat der Herr Schmol einen Kittel an? Ha, was meinst du? Ja, du sagst, also, die junge Dame hier vorne in der ersten Reihe sagt, er hat den Kittel an, weil es vielleicht ohne Kittel ein bisschen gefährlich wird. So gefährlich ist das nicht. Ich wollte auch nicht fragen, ich wollte auch nicht, dass wir alle Fragen hier beantworten, weil, ja, ihr wollt euch eine Antwort brennen, aber ich wollte euch eine Antwort geben auf die Frage. Nämlich, Herr Schmol hat einen Kittel an, Herr Schmol ist Chemiker. Und der Kittel ist seine Berufskleidung. Ihr wisst ja auch, bestimmte Leute haben bestimmte Berufe und die müssen manchmal auch ganz bestimmte Dinge anziehen. Und Chemiker haben eben Kittel an. Ja, und die Frage ist, warum haben die das? Was machen Chemiker eigentlich? Was sind das für komische Kerle? Chemiker untersuchen Dinge, das heißt, ihr alle habt schon mal, da fehlt irgendwas auf dem Bild, ihr habt alle selber schon mal mit Bauklötzen gespielt und wisst, Bauklötze sind so kleine bunte Dinge, kann man Türmchen bauen und die bestehen aus Holz. Zumindest die ersten Bauklötze, mit denen man es so zu tun hat. Und, ja, Chemiker fragen sich Dinge, was ist eigentlich Holz? Woraus besteht das? Und dann wisst ihr alle, Chemiker, nein, Holz ist ein Gegenstand, den kann man verbrennen. Holz verbrennt. Chemiker übergucken sich dann an, was passiert eigentlich bei Verbrennung? Was ist so eine Verbrennung? Und was kommen da für Stoffe raus aus dem Holz? Das ist schon eine ganze Menge, was sie machen, aber es gibt eben noch mehr, weil ab und zu merkt ihr dann auch, Bauklötze sind zwar ganz schön, man kann auch damit bauen, aber die kann sie aufeinander stapeln, die fallen aber auch wieder leicht auseinander. Und da gibt es natürlich eine Lösung, und ihr alle wisst, wenn man mit Holzklötzen einfach nur stapeln kann, dann kann man Legosteine nehmen und kann damit richtig fest bauen, die haften also zusammen, und damit kann man viel tollere Dinge bauen. Das Problem ist aber, Legosteine bestehen nicht aus Holz, sondern die bestehen aus Plastik, und Plastik ist kein Stoff, der bei uns auf der Welt natürlich vorkommt. Das heißt, es muss irgendjemanden geben, der Plastik herstellt. Und das tun Chemiker. Chemiker, die überlegen sich, was für Stoffe könnte man benutzen, was für Stoffe könnte man entwickeln, dass man daraus Legosteine bauen kann. Oder wir haben andere Sachen, ihr wisst alle, es gibt Batterien, mit denen man elektrischen Strom speichern kann, aber es gibt bestimmte Stoffe, die eben in diese Batterien reingehören, damit man das machen kann. Und Chemiker entwickeln solche Stoffe. Oder zum Beispiel, wenn man eine Sonnenbrille hat, es gibt ganz tolle Sonnenbrillen, die sind eigentlich richtig durchsichtig, wenn die Sonne nicht scheint, und die werden dunkel, wenn die Sonne scheint. Und solche Stoffe werden auch von Chemikern entwickelt. Das heißt also, sie gucken sich an, was passiert, und sie stellen selber neue Stoffe her. Und wie machen sie das? Naja, sie beobachten, wie Dinge passieren. Also Chemiker gucken sich ganz genau an, was passiert eigentlich, wenn Holz verbrennt. Und sie gucken an, was kann man beobachten, kann man vielleicht sehen, dass dort irgendwas Neues rauskommt. Und wenn Holz nicht von selber verbrennt, dann machen sie Experimente. Sie heißt, sie stellen selber etwas, Dinge her. Und die Frage ist, braucht man dazu einen Kittel? Oder wozu braucht man einen Kittel? Experimente beobachten, ist eine schöne Sache. Und vor allen Dingen, wenn ihr so hinten seid, dann seid ihr ziemlich weit weg von den Experimenten. Und ihr könnt ganz gut beobachten, dazu braucht ihr natürlich keinen Kittel. Aber der Herr Schmol, der steht vorne und muss diese Experimente selber machen. Und dazu braucht er den Kittel. Jetzt würde ich euch mal fragen, wer von euch hat denn schon mal selber ein Experiment gemacht? Das sind recht viele. Habt ihr da einen Kittel zu angezogen? Ah, das ist etwas durchwachsen. Was? Na? Nein, also. Gut. Einige haben Kittel angezogen, einige haben nicht Kittel angezogen. Ich frage jetzt mal eine ganz andere Sache. Wer von euch mag Kekse? Das ist überzeugend. Wer von euch hat schon mal selber Kekse gemacht? Bitte? Schokolade hast du schon mal selber gemacht. Hast du die Schokolade einfach so gemacht? Das war in der Ritter Sportfabrik. Das kenne ich. Da ist das relativ einfach. Wenn man Kekse macht, das ist ja jetzt auch gerade die Zeit im Jahr, wo man halt selber Kekse macht. Da habe ich was gefunden. Nämlich Kekse, Weihnachtsbäckerei. Das Lied von der Weihnachtsbäckerei kennt ihr auch alle. Und wenn ihr ein bisschen, könnt ihr nicht? Also, ein Teil des Lieds geht. In der Weihnachtsbäckerei gibt es ganz manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. Wer von euch war schon mal ein Knilch, der eine Kleckerei gemacht hat? Ha! Das sind einige. Und ich sage euch, die anderen sind einfach nicht ehrlich. Also, wenn man sich bekleckert, dann gibt es ein Problem. Man macht sich die Sachen schmutzig. Und was macht man, damit man sich nicht bekleckert? Ja! Man zieht eine Schürze an. Genau. Das heißt, Kinder ziehen eine Schürze an, wenn sie sich nicht bekleckern wollen. Und genau dasselbe machen Chemiker, wenn sie Experimente machen. Weil bei diesen Experimenten gibt es nämlich auch manchmal Dinge, man geht mit Stoffen um, die ziemlich hässliche Flecken machen können, wenn sie auf die Kleidung geraten. Damit das nicht passiert, zieht man also einen Kittel an. Oder Sie seht auch, da ist ein Chemiker, der hantiert mit einem Brenner, mit einer offenen Flamme. Das ist ziemlich heiß. Und wenn man nicht aufpasst, dann kann man sich da sehr leicht verbrennen. Oder zum Beispiel, die Kleidung kann anfangen, Feuer zu fangen. Und damit das nicht passiert, hat man also einen Kittel an. Der Kittel, den der Herr Schmol anhat, der sieht eigentlich recht unscheinbar aus, aber der ist einfach dazu da, der brennt nicht so schnell. Das ist also eine Schutzkleidung, weil man bei Experimenten manchmal Dinge macht, wo man genau aufpassen muss, die manchmal auch gefährlich sein können, wenn man sich nicht damit auskennt. Und einfach, wenn was schief geht, hat man halt hinterher einen Kittel. Jetzt müsst ihr keine Angst haben, weil ihr sitzt ziemlich weit weg und der Herr Schmol kennt sich aus mit Experimenten und deswegen denke ich auch nicht, dass da was schief gehen wird. Aber jetzt stelle ich euch eine Frage und jetzt diese Frage braucht ihr erstmal nicht beantworten, sondern ihr habt ja gelernt, was Chemiker ist. Also Chemiker sind Leute, die beobachten Dinge und dann überlegen sie sich was dazu. Und deswegen ist es eine ganz wichtige Sache beim Experimentieren. Man macht nicht nur irgendwas, sondern man beobachtet das und da muss man sich überlegen, was kommt hier eigentlich raus? Was ist jetzt hier wichtig? Und wenn wir jetzt die Frage stellen, was hat eine Kerze und eine Wunderkerze gemeinsam, dann zeigen wir euch erstmal, was eine Kerze ist und was eine Wunderkerze ist. Also habt ihr alle schon mal gesehen, aber wir wollen ja auch mal endlich zu den Experimenten kommen hier und ich soll ja nicht nur reden. Und deswegen geht das erste Experiment los und das war eine Kerze. Ich weiß, dass einige von euch ziemlich weit hinten sitzen und diese Kerze ziemlich klein ist und deswegen projizieren wir diese ganzen Experimente mit der Kamera oben auf die Leinwand. Dasselbe, was ihr hier unten im Original seht, könnt ihr oben auch ein bisschen größer sehen. Ja, das war die Kerze und jetzt kommt die Wunderkerze. Und ihr seht, der Herr Schmol, der ist richtig guter Chemiker, weil der weiß nämlich auch, wenn man mit Feuer hantiert und solchen Sachen, dann sieht man nicht nur einen Kittel an, sondern auch so eine spezielle Brille, damit man nichts in die Augen kriegt. Ja, und das ist die Wunderkerze. Die kennt ihr wahrscheinlich alle, weil ihr auch schon mal zu Hause unterm Weihnachtsbaum gesessen habt und so eine Wunderkerze gemacht habt. Genau. Das ist auch richtig. Schönen Dank, Herr Schmol, für das schöne Experiment. So, ja. Gut. So, und jetzt können wir uns fragen, was meint ihr denn, was haben die beiden gemeinsam? Ja, jetzt muss man jemanden haben, der nicht in der ersten Reihe sitzt und laut ist. Was meinst du denn? Was haben die gemeinsam? Beide brennen. Das ist richtig. Brennen die von selber? Nein? Wann brennen die? Nein. Nein. Wenn man sie anzündet. Und das ist auch genau die richtige Antwort. Man muss die Wunderkerze und eine Kerze anzünden und dann brennen die. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was das eigentlich heißt, wenn etwas verbrennt? Wer hat sich da schon mal Gedanken gemacht? Ah, seht ihr auch einige. Was braucht man denn, damit eine Kerze brennen kann? Oder was braucht eine Kerze, um brennen zu können? Was meint ihr? Was meinst du? Man braucht ein Streichholz. Man braucht ein Streichholz. Das ist, um die Kerze anzuzünden. Man braucht natürlich eine Kerze. Wenn man ein Streichholz hat und eine Kerze, reicht das oder braucht man noch was? Wer meint, dass man noch was braucht? Wer meint, dass man nichts mehr braucht? Eine Kerze brennt nur, wenn man ein Streichholz hat und eine Kerze. Das sind ziemlich wenige. Kann man eine Kerze im Weltraum anzünden? Warum nicht? Warum nicht? Ah, eine Kerze braucht Sauerstoff. Genau. Da geht es weiter. Komm mit dem Ding, ich klar. Also, man braucht eine Kerze, Brennmaterial und man braucht Sauerstoff. Und dann kriegt man eine Kerze, dann kann die ganze Geschichte abbrennen. Und Chemiker beschreiben so etwas, das ist dann eine Verbrennung. Verbrennung ist eine chemische Reaktion. Dann hat man irgendwelche Stoffe, die am Anfang da sind. Und das ist die Kerze selber. Und die Kerze besteht aus einem Material, das heißt Paraffin. Hast du eine Frage? Was braucht man noch? Man braucht Temperatur. Das ist richtig, aber die Temperatur, die man braucht, die hat das Streichholz am Anfang. Ja. So. Das heißt, wir brauchen Paraffin, wir brauchen Sauerstoff und dann braucht man Streichholz, um das Ganze anzuzünden. Und dann kommt was raus hinterher. Man braucht Feuer, das ist mit dem Streichholz. So. Und dann kriegen wir was raus und was bei der Verbrennung entsteht, das ist Kohlendioxid und Wasser und Wärme. Und jetzt habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass Chemiker, die bezeichnen so etwas, die schreiben solche Sätze nicht einfach auf, sondern die sagen, wenn etwas passiert, dann beschreiben wir das mit einem Pfeil. Also was links von dem Pfeil steht, das ist das, was wir vorher haben. Was rechts von dem Pfeil ist, haben wir hinterher. Und statt Wärme sagt man auch manchmal, eine Kerze macht Energie, also eine Verbrennung produziert Energie. Das heißt, es ist ja nicht nur Wärme, eine Kerze leuchtet ja auch. Und so eine Verbrennung wollen wir euch jetzt zeigen und wir wollen euch auch wirklich zeigen, dass so eine Verbrennung Luft verbraucht. Aber dazu, ja, dazu fängt der Herr Schmol und der Herr Jockers, die fangen jetzt hier an, so ein Experiment vorzubereiten. Und Sie sehen also, wir haben ein Glasgefäß. Dort schwimmt so ein kleines Porzellanschiffchen drin und in diesem Glasgefäß ist jetzt eine Substanz, die wir verbrennen. Das ist jetzt nicht eine Kerze, weil eine Kerze, die braucht recht lange, bis sie anzündet. Und wir haben jetzt einfach eine Substanz, die etwas schneller verbrennt. Und Sie sehen, jetzt brennt so eine Kerze in so einem Glasgefäß und da gibt es furchtbar viel weißen Rauch. Dieser weiße Rauch wird irgendwann auch einmal verschwunden sein, werdet ihr sehen. Im Moment leuchtet es noch, weil das Ganze brennt, aber ihr seht auch, dass das Licht schon ein bisschen weniger wird. Ja, und dann muss man einfach mal eine Weile zugucken, bis das Ganze abgebrannt ist. Und ja, dann verbraucht diese Verbrennung Luft. Ja, und der Trick bei der ganzen Geschichte ist jetzt, was wir hier haben, ist ein Glasgefäß. Dieses Glasgefäß hat, da ist eine bestimmte Menge Luft drin und mehr Luft kann nicht rein, weil unten so ein Wasser ist. Und wenn wir jetzt Luft aus dem Glasgefäß entfernen durch die Verbrennung, also wenn die Verbrennung Luft verbraucht, dann ist da hinterher weniger Luft drin. Und ihr werdet dann sehen, wenn die Verbrennung abgelaufen ist, zu Ende abgelaufen ist, dann ist da weniger Luft drin als vorher und dann wird das Wasser ganz einfach in dieses Gefäß hochsteigen. Hoffe ich mal. So, und ich glaube, wenn man auf der Kamera oben guckt, kann man das schon so ein bisschen sehen. Das Wasser wird richtig in diese Glocke reingesaugt, da wo vorher mal Luft war. Jetzt könnt ihr sehen, dass der Wasserspiegel langsam steigt und das Ganze geht dann, was meint ihr, wie lange? Steigt der bis ganz oben? Nein, warum nicht? Weil? Das ist richtig, aber jetzt muss man überlegen, wir haben Luft, die Luft ist ja verbraucht worden bei der Verbrennung, die ist ja jetzt nicht mehr da, deswegen kann das Wasser rein. Wird die ganze Luft verbraucht bei der Verbrennung? Wer weiß das? Nein. Was meinst du? Bitte? Der Unterdruck ist nicht stark genug. Doch, ist er? Ja, wir können mal gucken, das ist jetzt fast so bis zum ersten Strich gestiegen. Das heißt, es ist ein gewisser Unterdruck da, aber warum das Wasser nicht höher steigt ist, weil da ist jetzt, die ganze Luft ist nicht verbraucht worden. Was braucht eine Kerze zum Brennen? Bitte? Die braucht auch noch Rauch. Na, der Rauch entsteht. Was? Eine Kerze braucht Sauerstoff. Ist Luft nur Sauerstoff? Nein, wisst ihr alle, Luft ist Sauerstoff und Stickstoff und wenn man Stickstoff hat, der Stickstoff ist der Teil der Luft, der nicht verbrennt. Und jetzt wisst ihr, ungefähr ein Fünftel der Luft besteht aus Sauerstoff und vier Fünftel bestehen aus Stickstoff und die Verbrennung, die verbrennt nur das eine Fünftel von dem Sauerstoff. Und deswegen steigt im Prinzip die Flüssigkeit auch nur bis zum ersten Strich, weil dann ist nämlich der Sauerstoff verbraucht und jetzt ist nur noch Stickstoff da und der brennt eben nicht. Das heißt also, man kann sehen, schön, die Luft, die wir haben, die besteht, die enthält Sauerstoff, aber es ist kein reiner Sauerstoff. So, das war das Experiment. Jetzt müssen wir dem Herrn Schmohl auch noch mal schön Danke sagen. Ja, super. Ja, gut. Spart euch, spart euch noch ein bisschen Energie auf. Das war nicht das einzige Experiment. Was braucht eine Wunderkerze, um brennen zu können? Sie braucht Streichholz, ne? Der sagt, die Wunderkerze braucht Streichholz, sie braucht Sauerstoff, sie braucht Brennmaterial. Stimmt das? Ja. Das Brennmaterial ist schon da. Und in der Tat ist es so, eine Wunderkerze braucht nämlich keine Luft, um zu verbrennen. Das heißt also, eine Wunderkerze braucht Brennmaterial, das ist die Wunderkerze, aber eine Wunderkerze braucht keine Luft. Und wenn ihr das nicht glaubt, dann macht der Herr Schmohl ein Experiment, der macht euch das nämlich vor. Ihr wisst alle, wenn man einen Gegenstand hat, der verbrennt, dann braucht man Luft. Und ihr habt gerade gesehen, wir haben hier Wasser und wenn wir Wasser haben, im Wasser ist keine Luft oder ist so wenig Luft, dass normalerweise benutzt man Wasser, um Feuer zu löschen, damit eine Verbrennung aufhört. Und wenn man eine Wunderkerze hat, dann kann man die anzünden. Der Herr Schmohl macht das jetzt. Und dann taucht der Herr Schmohl die Wunderkerze in Wasser und ihr werdet sehen, die brennt weiter. Die geht an und Oh, eine Wunderkerze brennt auch ohne Wasser. Äh, nein, ja. Eine Wunderkerze brennt auch ohne Wasser, aber vor allen Dingen brennt eine Wunderkerze ohne Luft. Jo. Noch mal schönen Dank, Herr Schmohl. Hast du eine Frage? Genau. Hier kommt die richtige Auflösung. Das heißt, eine Wunderkerze in der Wunderkerze kommt, ist ja Luft drin, hat er gerade gesagt. Jetzt müsst ihr euch das nicht so vorstellen. Dass da wirklich irgendwie ein Luftballon zusammengepresst wird und in die Wunderkerze reinkommt. So einfach geht das nicht. Aber es gibt bestimmte chemische Stoffe, die können praktisch die Stelle der Luft abnehmen, die können den Sauerstoff liefern, der für eine Verbrennung gebraucht wird. Das heißt also, man hat eine Wunderkerze, dort hat man Brennmaterial und man hat einen Stoff, der den Sauerstoff liefert und solche Wunderkerzen brennen deshalb auch ohne Luft. Ja, solche Stoffe, die die Sauerstoff liefern, die haben häufig noch eine Eigenschaft, die führen nämlich dazu, dass eine Verbrennung sehr viel schneller abläuft als normal. Und das wollen wir euch auch in einem Experiment demonstrieren. Und zwar mit etwas, was ihr alle schon mal bestimmt zu Hause gemacht habt. Wer von euch hat schon mal gegrillt? Eigentlich fast alle. Wer hat einen Gasgrill benutzt? Einige. Wer hat Holzkohle benutzt? Ah, das sind die meisten. Dann kennt ihr euch damit aus. Das heißt, ihr wisst, Holzkohle ist ein Stoff, den kann man anzünden, der brennt, aber der brennt ziemlich lange und der brennt nicht sehr gut. Das heißt also, der Herr Schmohl, der hat einen Trick, wie er die Holzkohle zum Brennen kriegt. Man hält die in diesen Brenner rein. Am Anfang hat er auch so ein bisschen Grillanzünder benutzt. Das kann ich, glaube ich, verraten hier. Und dann muss man das Ganze anblasen, pusten mit einem Blasebalk und dann seht ihr, die Holzkohle fängt dann an zu glühen. Das heißt, es brennt und die Holzkohle glüht, aber diese Verbrennung geht sehr langsam. Man braucht ewig lange, bis so eine Holzkohle verbrannt ist und ich zeige euch gleich ein Bild. Das ist ja auch wichtig so, weil ihr wollt ja ein Würstchen grillen und das braucht ja Zeit, bis es gar ist. Da sieht man auch Funken, genau. Das ist genau, fast wie bei einer Wunderkerze, da fliegen so ein paar Sachen weg. Man muss aber beim Grillen aufpassen, dass das genau nicht passiert, weil diese Funken können ja überall rumfliegen und das ist vielleicht nicht so schön. Aber ihr seht, Holzkohle brennt ziemlich langsam und der Herr Schmohl, der müsste jetzt bestimmt eine halbe Stunde oder eine Stunde das Holzkohle da in den Luftstrom halten, damit die Holzkohle ganz verbrannt wird. Man kann das aber schneller haben. Und deswegen hat der Herr Schmohl ein bisschen Holzkohle genommen, hat die klein gerieben und hat die mit so einem Stoff zusammen gemischt, der ja den Luft ersetzen kann bei so einer Verbrennung. Und ich erzähle euch gleich, wie Chemiker das nennen in der Fachsprache. Wenn man das macht, dann kann man Holzkohle nehmen und wir müssten ein Bild haben. So. Wenn wir die Kamera bitte. Kamera. Oder keine Kamera? Nee, keine Kamera. Okay, gut, keine Kamera. Kann man sehen? Ihr könnt sehen, da ist jetzt so ein kleiner, ja, so ein kleines Häufchen Kohle, ne? So ein schwarzes Pulver. Könnt ihr nicht sehen? Brauchen wir doch Kamera. Kamera. Kann man kurz die Kohle zeigen? Müssen wir nochmal Licht machen. So, jetzt kann man es sehen. Da sitzt, liegt auf dem, auf diesem Drahtnetz, was wir da haben, da liegt so ein bisschen schwarzes Pulver drauf. Das ist Kohle, zusammen mit so einem Sauerstofflieferanten. So, und jetzt, wenn ihr es alle gesehen habt, hat es jeder gesehen? Ja, dann können wir das Licht wieder ausmachen. Und jetzt seht ihr. Vielen Dank. Ruhig. Zugabe kommt. Kein Problem. Ja, aber nicht dasselbe nochmal. Wir machen andere Experimente. Kinder, ich verspreche euch, wir beschließen den Kompromiss. Wir machen die Zugabe, wir zeigen euch noch so ein Experiment, aber nicht dasselbe, sondern ein anderes und später. Und wenn es nicht toll war, dann machen wir zu Null auch zum Schluss das hier nochmal neu. Wir möchten, wir machen es, der Schmol schüttelt so ein bisschen den Kopf, der hat nämlich einen Grund, warum er sagt, irgendwie, nee, da machen wir jetzt nicht noch eine Zugabe. Weil ihr habt gesehen, das mit dem Rauch ist ganz toll, aber wenn wir das Experiment jetzt noch zwei oder dreimal machen, dann haben wir so viel Rauch im Hörsaal, dass ihr den Herrn Schmol gar nicht mehr sehen könnt und vor allen Dingen nicht die Experimente, die er noch macht. Und ihr habt jetzt auch gemerkt, warum grillt man draußen? Wegen dem Rauch. Also Grillen macht so viel Rauch, dass man das besser nicht zu Hause in der Küche macht. Ja, ich hatte gesagt, ich muss da gerade aufschreiben, bitte, ja, ich habe jetzt was zum Aufschreiben. Ihr seht ja auch, ihr seid ja jetzt in der Universität, ihr seid ja in der Universität und in der Universität ist es so, da muss man auch Sachen, Studenten, auch Kinderstudenten haben manchmal Sachen mitgebracht zum Schreiben, wo sie sich wichtige Sachen aufschreiben können. Und in der Chemie ist es so, in der Chemiker haben, für viele Dinge benutzen wir häufig Fachausdrücke. Und ich habe jetzt gesagt, bei einer Verbrennung braucht man einen Sauerstofflieferant. Das ist also Sauerstofflieferant. Und das nennt man in der Chemie auch, das ist ein Oxidationsmittel. Das ist ein Fremdwort, heißt aber eigentlich nichts anderes. Das ist also, das Oxidationsmittel ist der Fachausdruck eigentlich für einen Sauerstofflieferanten. Und wir können noch was aufschreiben, eine Verbrennung. Das nennt man auch eine Oxidation. Das müsst ihr euch merken. Und wenn dann hinterher eure Eltern, die nebenbei sitzen oder vielleicht eurer Papa oder eure Mama, die gar nicht mitkamen, mit konnten, weil die heute keine Zeit haben, wenn die wissen wollen, was sie gemacht haben, dann könnt ihr sagen, wir haben gelernt, was eine Oxidation ist. Und dann könnt ihr mal gucken, meistens werden denen wahrscheinlich dann die Kinnlade runterfallen, und die werden gar nicht wissen, was das ist. Und dann könnt ihr denen das erklären. Ah, deine Mutter weiß das, das ist gut. Deine auch. Wessen Eltern wissen, was eine Oxidation ist? Ha, guckt mal an. Deswegen schicken die euch dann zur Universität. Wollen wir weiter? So. Ah. Lecker, ja. Ja. Psst. Der Herr Schwohl, der Herr Schwohl, der steht da eigentlich, der möchte, der guckt mich an, der möchte ein Experiment machen. Das kann er aber nur, wenn ihr ein bisschen leiser seid. Also wir haben jetzt gesehen, Sauerstofflieferanten, Oxidationsvermittel, die machen Verbrennungen sehr schnell. Und die führen auch dazu, dass Dinge, die verbrennen, sehr heiß werden. Und manchmal fangen solche Dinge an zu leuchten. Und wir können uns fragen, warum leuchten denn eigentlich Wunderkerzen oder Sterne? Und die Antwort ist, Holzkohle oder Wunderkerzen, die Antwort ist, weil sie heiß sind. Das heißt also, wenn man einen Stoff sehr heiß macht, dann fängt der an zu leuchten. Und das Ganze kann man manchmal unbeabsichtigt machen, wenn man zu Hause am Herd, im Elektroherd, die Platte anlässt, nach einiger Zeit fängt die an zu glühen. Und dass man sowas machen kann, das seht ihr jetzt hier mit der Kamera. Wir haben jetzt hier zwei Metalltiegel. Und der Herr Schmohl hat den einen, unter den einen hat er jetzt so einen Brenner gestellt. Und wenn man den Brenner dann eine längere Zeit drunter lässt, dann wird der Metalltiegel heiß. Und wenn er ganz heiß wird, seht ihr, dann fängt der an zu glühen. Der fängt an zu leuchten. Und wenn es ein bisschen länger dauert, dann seht ihr, dass man da den ganzen Tiegel zum Leuchten bringen kann. Könnt ihr es sehen? Ja. So. Nein? Noch ein bisschen länger gucken. So. Im Hintergrund kann man noch den zweiten Metalltiegel sehen. Der leuchtet nicht, der ist kalt. Und der heiße, der fängt an zu glühen. Also, wenn man Dinge sehr heiß macht, fangen die an zu glühen. Ihr seht ja auch, das ist ganz schön, aber wenn ihr mal genau hinguckt, dann ist dieses Metallstück, das glüht rot. Das heißt, das ist schon relativ heiß, aber man kann solche Gegenstände noch sehr viel heißer machen. Und wenn man eine Wunderkerze hat, dann habt ihr ja auch gesehen, die macht so Funken und die leuchten, die sind sehr heiß. Aber eigentlich ist das noch viel heißer als mit dem Metalltiegel. Und das heißt, was wir jetzt brauchen, ist irgendwo ein Material, irgendein Stoff, der verbrennt und dafür so viel Hitze macht, dass das Verbrennungslicht nicht rot glüht, wie bei der Holzkohle oder wie jetzt bei dem Metalltiegel, sondern dass es wirklich weiß glüht. Und jetzt die Frage, was könnte man da für Stoffe nehmen? Was meinst du? Schwefel. Schwefel ist schon ganz gut, aber bringt nicht genug. Ich sage euch die Lösung, wenn mir irgendjemand den Computer wieder einschaltet. Welche Stoffe können so viel Hitze liefern? Metalle. Ihr kennt alle, ihr wisst, Gold und Silber kennt ihr. Wer hat schon mal gehört, was Gold ist? Ha, klasse. Wer kennt Silber? Wer kennt das Metall, was dort rechts auf dem Bild ist? Wer von euch hat einen Metallanspitzer? Wisst ihr aus was für einem Metall, der besteht? Sage ich euch gleich. Das, was... Nein, nicht ganz. Alu ist... Guck mal, auf dem Bild links, da siehst du so eine Metallfolie. Metallfolie ist Alufolie. Ja, und der... Der sagt... Also, Aluminium oder Alu, daraus macht man Folie. Und das andere Metall, woraus Anspitzer gemacht sind, das ist Magnesium. Das ist auch ein Metall, habt ihr vielleicht noch nie von gehört. Aber Magnesium ist ein Metall, was sehr gut brennt. Und deswegen, ja, wird der Herr Schmol euch jetzt mal zeigen, dass man auch Metalle anziehen kann. Und jetzt seht ihr, der Herr Schmol ist vorsichtig, der zieht eine Sonnenbrille an. Ihr müsst jetzt mal ganz still sein, weil das, was ich jetzt sage, ist wichtig. Psst. Also, pass auf. Das Magnesium ist ein Metall, was sehr heiß verbrennt und dann macht es eine sehr helle Flamme. Und diese Flamme, die kann so hell sein, dass man richtig... Dass es zu hell ist, dass man da reingucken kann. Bitte? Ja, genau so eine Flamme wie beim Schweißen, nur noch heller. Und Schweißer tragen ja auch so eine Schutzbrille. Jetzt habt ihr nicht alle eine Schutzbrille. Das heißt, ihr könnt euch das auch gerne angucken. Das ist nicht so gefährlich, weil ihr alle ziemlich weit weg sitzt. Aber wem es zu hell wird, bitte einfach die Augen zukneifen oder weggucken. Das ist so toll, dass man das auf jeden Fall sehen kann. Aber nicht unbedingt direkt in die Flamme gucken. Und jetzt seht ihr, jetzt kann man das hier richtig dunkel machen. Ja, jetzt raucht es auch. Ja. Ja, das war Magnesium. Wenn ihr gedacht habt, das sei jetzt irgendwo schon, das können wir nicht mehr überbieten, können wir doch... Wir haben ja noch ein Metall, wir haben Aluminium. Und das Aluminium ist, ja, Aluminiumfolie. Jetzt habt ihr schon mal versucht, Aluminiumfolie anzuzünden. Ich hoffe nicht. Was? Hast du schon mal versucht? Und geht's? Ja. Ich weiß, dass es aufregend ist, aber es ist auch spannend. Und wie gesagt, das Experiment, was jetzt kommt, das ist so quasi wie im Zirkus. Wart ihr alle, oder wer von euch war schon mal im Zirkus? Ja gut, dann wisst ihr auch Bescheid. Im Zirkus gibt es Artisten, die machen ganz schwierige Dinge. Und wenn die sich konzentrieren müssen, dann muss man ganz ruhig sein, sonst stört man die nämlich. Und der Herr Schmohl muss sich jetzt konzentrieren, weil was der jetzt nämlich macht, das ist so etwas Ähnliches wie das, was ein Feuerschlucker macht. Der Herr Schmohl hat jetzt so ein Glasrohr, das ist wirklich ein Blasrohr. Und in dieses Blasrohr tut er ein bisschen Aluminiumpulver. Das ist genau das, was ihr zu Hause kennt von Aluminiumfolie. Die wird zu einem kleinen Pulver verrieben und die blasen wir in so eine Flamme, weil wir brauchen ja was zum Anzünden. Und dann kann man Aluminium ganz einfach anzünden. Aber weil der Herr Schmohl zielen muss, muss er sich sehr konzentrieren und deswegen müssen wir jetzt mal ganz leise sein. Habt ihr das alle gesehen? Haben nicht alle gesehen? Wer meint, wer von euch, wer von, wer von euch meint, wir sollen es nochmal machen? Gut, also, wir machen es nochmal, aber ihr müsst dann leise sein wieder. Also das Ganze nochmal. Also Aluminiumpulver in so ein Glasrohr und dann ganz leise sein, Herr Schmohl muss zielen. Licht aus, Spott an. Licht aus, Spott an. So, jetzt nochmal, genau. Ja, eigentlich, eigentlich wäre jetzt alles klar, oder? Wir wissen jetzt, wie eine Wunderkerze funktioniert. Wir wissen, wir brauchen ein Metall, wir brauchen ein Oxidationsmittel, also einen Stoff, der Sauerstoff liefern kann. Der kann das Metall verbrennen. Das Metall, was in der Wunderkerze drin ist, ist nämlich auch Aluminium. Und so eine Wunderkerze kann dann ohne Luft brennen. Und die Hitze, die bei der Verbrennung entsteht, die ist so hell, dass die Wunderkerze ganz hell anfängt zu leuchten. Ist doch eigentlich alles ganz klar, oder? Ja. So, jetzt müsst ihr noch was lernen über das, was Chemiker machen. Ganz leise, also, hör zu, pass auf. Normalerweise sagt man dann immer als Chemiker, okay, ich habe jetzt was beobachtet, ich habe ein Experiment gemacht, ich habe es verstanden. Und dann, wenn man ein guter Chemiker ist, dann fragt man sich, habe ich das auch wirklich verstanden? Und wenn man sich fragt, habe ich das auch wirklich verstanden, wie kann man es überprüfen? Und die Antwort ist, man macht nochmal ein Experiment. Wir haben jetzt gelernt, also eine Wunderkerze enthält einen Stoff, ein Oxidationsmittel. Eine Wunderkerze kann eigentlich ohne Luft brennen. Und das heißt, wir müssten eigentlich eine Wunderkerze, wenn wir die in Stickstoff brennen lassen, wir haben ja gelernt, Luft besteht aus Stickstoff und Sauerstoff, der Stickstoff verbrennt nicht. Wenn wir also eine Wunderkerze in reinem Stickstoff anzünden, dann sollte die eigentlich weiter brennen. Und genau das Experiment hat der Schmol jetzt auch vorbereitet. In diesem Glaszylinder, Glasrohr, das ihr da seht, hat er jetzt Stickstoff eingefüllt. Und, ja, jetzt nehmen wir eine Wunderkerze, zünden die an, und halten sie nochmal hoch, Herr Schmol, dass man sieht, die brennt. Und jetzt kommt die Wunderkerze in den Stickstoff. Und, geht sie aus? Nein. Da ist keine Luft noch. Ja, ein bisschen Luft ist drin. Aber, seht ihr den Unterschied, wenn man die Wunderkerze rausnimmt und rein tut? Gibt es einen Unterschied? Ja, was denn? Das ist kleiner. Ja, es ist kleiner. Und, was noch? Es verwischt eher. Ja, es verwischt ein bisschen. Da, ihr seht, das ist... Ja, jetzt warst du dich da hinten mal. Laut. Und die anderen sind leise. Genau. Es gibt keine Funken mehr. Wo sind die Funken? Ja, sind weg, ne? Also, das heißt, wir können erklären, warum eine Wunderkerze weiter brennt, ein Stickstoff, aber es sind keine Funken mehr da. Und jetzt müssen wir uns überlegen, offensichtlich ist unsere Idee, die wir gehabt haben, wie eine Wunderkerze funktioniert, noch nicht ganz richtig. Es fehlt nämlich noch was. Und, das heißt, wo kommen die Funken her? Hast du eine Idee? Vom Stickstoff? Nee. Wunder, kennt ihr, der enthält noch was. Der enthält Eisen. Wer von euch kennt Eisen? Ach, alle. Was ihr da seht, sind so Eisennägel auf dem Bild. Wisst ihr auch, warum einige von den Eisennägeln blank sind und einige sind rot? Und, warum? Sag mal. Ja, weil die rosten, ne? Eisennägel rosten. Und der Herr Schmohl, der bereitet jetzt schon ein Experiment vor, aber müssen wir gleich gucken. Eisennägel rosten. Und rosten ist eigentlich auch eine Verbrennung. Weil das, was beim Rosten passiert, ist genau dasselbe, was beim Verbrennen passiert. Nur, wenn Eisen rostet, geht das sehr, sehr langsam. Und deswegen muss man Nägel ziemlich lange aufbewahren, bevor die richtig anfangen zu rosten. Jetzt seid ihr mal ganz leise, weil da ist jemand, der hat eine Frage, der sitzt ganz weit hinten. Und deswegen musst du ganz laut sprechen. Dann wird es? Wird es? Wärmer. Ja, wird es ein bisschen wärmer? Ja, könnte sein. Aber, ne? Frage ist, brennt Eisen? Kann man Eisen anzünden? Ja, nee. Was meinst du? Du, ich hab... Lass mal auf, Kinder, wir müssen auch Folgendes machen. Pst. Wir müssen auch Folgendes machen. Ich bin gern bereit, eure Fragen zu verantworten, aber ich hab so ein bisschen Schwierigkeiten, die zu verstehen. Ne? Weil, du in der ersten Reihe, du kannst laut genug fragen, dass ich das verstehe. Aber die hinten nicht. Ich beantworte alle eure Fragen aber nach der Vorlesung. Ja? Nach dem Rosten kann man es auch schmelzen, das stimmt. Aber was wir jetzt machen, ist, wir müssen mal gucken, was der Herr Schmol dort macht und ein bisschen auf die Kamera brennen. Der Herr Schmol hat nämlich, der fängt an, was zu kochen. Das ist nur eine ganz merkwürdige Geschichte, weil ihr könnt sehen, das ist so ein gelbes Zeug, was er hat. Aber das Gelbe, was er da hat, das ist eigentlich ein Pulver. Und das ist eine chemische Verbindung, die enthält Eisen und die ist gelb. Und wenn man die warm macht, dann entwickelt die ein Gas. Dieses Gas ist Kohlendioxid, das kennt ihr auch. Das ist das, was normalerweise entsteht, wenn man Dinge verbrennt. Und dieses Gas und so ein bisschen Rauch, die entweichen jetzt nach oben. Und jetzt müsst ihr mal genau hingucken, was mit diesem gelben Pulver, was der Herr Schmol dort warm macht, passiert. Ich komme ein bisschen näher, dass ich das ein bisschen besser beobachten kann. Also im Moment, so unten im Reagenzglas, da brodelt es und kocht es. Ja, und man kann auf jeden Fall sehen, dass es gelb ist. Und ja, es kocht und brodelt eine Weile vor sich hin. Jetzt haben wir genau dasselbe Problem, was ihr habt, wenn ihr Kekse backt. Wenn man Kekse backt und hat den Teig angerührt, dann tut man den Backofen. Und was tut man dann? Warten, genau. Und deswegen müssen wir jetzt auch warten. Ja, nicht lange. Das dauert vielleicht noch ein oder zwei Minuten. Zwischendurch wird es auch noch so ein paar interessante Dinge gehen. Aber wenn ihr jetzt hinguckt, auf dem Bildschirm kann man es noch nicht erkennen. Dieses gelbe Pulver, was wir da haben, das wird langsam dunkler. Das heißt also, was wir da machen, ist jetzt eine chemische Reaktion. Das wird dunkel. Kekse backen 20 Minuten. Wir brauchen höchstens zwei. Zwei Minuten können ganz schön lang sein. Ja, 20 Minuten werden auch lang. Wenn hier 20 Minuten Pause wären, dann würdet ihr wahrscheinlich alle rausgehen und euch ein Eis holen. Aber wenn ihr jetzt mal hinguckt, dann könnt ihr erkennen, unten fängt sich das an zu verändern. Das ist nicht mehr ganz gelb, sondern das fängt an dunkel zu werden. Ja, blau. Kommt oben immer noch gelber Rauch. Ja, wenn ich... Ah, da brennt was. Man kann Dinge anzünden. Ich glaube, jetzt ist es bald soweit. Wenn das oben anfängt zu brennen, dann ist das schon ziemlich gut. Ah, und jetzt auf einmal wird es ganz dunkel. Jetzt passiert nämlich Folgendes. Wir machen aus diesem gelben Pulver, entsteht Eisen. Das heißt, der Herr Schmol ist in der Lage, dort Eisen herzustellen. Und jetzt kann man sich fragen, warum macht der nicht einfach, macht der so eine Geschichte? Man könnte doch eigentlich einen Eisennagel nehmen. Aber die Antwort, warum der Herr Schmol das so machen muss, das habt ihr eigentlich schon gesehen in der Vorlesung. Wenn wir einen Stoff haben wie Magnesium, das Magnesium, was vorhin gebrannt hat, dann brennt das sehr langsam ab. Und vor allen Dingen, wenn so ein Stoff, wenn wir ziemlich viel Magnesium haben oder ziemlich viel Eisen, dann ist das gar nicht so einfach, das zum Brennen zu kriegen. Das brennt nicht so ohne weiteres. Aber wenn man Metall, so wie Eisen oder auch wie Aluminium, wenn man das in ganz kleine Körnchen zerlegt und praktisch so ein Pulver daraus macht, wie der Herr Schmol das mit dem Aluminiumpulver vorhin vorgestellt hat, dann kann so ein Metall, kann selber, oder verbrennt viel schneller. Und vor allen Dingen, das brennt auch gleich, ohne dass wir ein Streichholz brauchen. So können wir. Geht's? Ja, jetzt müsst ihr, pass auch, ruhig, pscht, und aufpassen. So. Jo, das war's. So, jetzt sind wir, sind wir fast soweit. Ich wollte zwar gucken, wenn ihr Zeit und Lust habt, dann zeige ich euch noch was. Wir fegen das Ganze mal zusammen. Und wenn ich jetzt mal versuche, das in die Kamera zu halten, ich weiß nicht, ob das klappt, dann könnt ihr sehen. Na, ich komme mal näher ran, kann ich ja machen. Nicht? Oder, ja gut, tun's auf das weiße Blatt Papier. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das so gut aufnehmen können, dass ihr das auch in der letzten Reihe seht. Ah, da war's. Ja. Ja, kann man nicht so ganz gut sehen. Aber was ihr machen könnt, ihr könnt am Ende der Vorlesung mal nach vorne kommen, und dann könnt ihr euch das angucken, und dann werdet ihr sehen, das sieht nicht mehr aus wie Eisen, ist auch nicht mehr silbrig glänzend, sondern hat wirklich diese Rostfarbe. Das heißt also, das Eisen, was der Herr Schmohl produziert hat, das ist in ganz kurzer Zeit verrostet. Und jetzt tut mir bitte einen Gefallen und geht nicht nach Hause und sagt euren Eltern, dass sowas geht. Dann haben die nämlich Angst davor, dass ihr Auto, wenn das mal in der Sonne steht und warm wird, auch anfängt, so schnell zu verrosten und dann auf einmal weg ist. Aber da könnt ihr denen auch sagen, braucht ihr keine Angst zu haben, weil das passiert nur, wenn das Metall vorher zu so einem Pulver verrieben wird. Normalerweise dauert das sehr viel länger und so ein Auto rostet auch ziemlich lang. So, jetzt passt auf, jetzt müssen wir Folgendes machen. Ja, wir haben eine Antwort auf unsere Fragen. Also, ihr wisst jetzt, warum eine Wunderkerze Sterne macht oder Funken, nämlich, das Aluminium verbrennt, dann die Hitze, die erzeugt das Leuchten, dann gibt es in der Wunderkerze Eisen, dieses Eisen, die kleine Eisenkörner, die werden durch die Luft gebrüht und die verbrennen dabei an der Luft. Dafür braucht die Wunderkerze Luft, dann entstehen die Funken und dann kann man das Ganze hinterher sehen. Wir sind fast fertig. Wir sind fast fertig. Wir wissen, also, ihr wisst jetzt hoffentlich, warum so eine Wunderkerze funktioniert und dass es recht kompliziert ist. Man braucht ein Metall für die Hitze und ein Metall für die Funken. Und eigentlich könnte damit alles zu Ende sein, aber am Ende so einer Vorlesung ist es immer so, ihr habt gemerkt, ich habe jetzt hier nicht alleine geredet, sondern es haben eine ganze Menge Leute mitgeredet. Und deswegen muss man sich auch bei diesen Leuten bedanken. Also, es geht ein ganz großes Dankeschön. Ja. 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 Also, ein ganz großes Dankeschön an Herrn Schmohl, an Herrn Jockers, an die anderen Damen und Herren, die hier bei der Durchführung der Vorlesung geholfen hat, aber auch an die, die jetzt gar nicht hier im Vorlesungshörsaal sind, nämlich die Stuttgarter Zeitung, die Organisation für hochbegabte Kinder und das Studentenwerk, das sind die, die euch die Brezeln serviert haben und ich darf auch nicht vergessen, nämlich das Fehling Lab und das Jungchemiker Forum, die waren auch beteiligt, das waren nämlich die, die das Speiseeis gemacht haben oder die, die Kohlendioxid draußen aufgebaut haben, mit dem ihr selber vorher ein bisschen experimentieren könnt. Jetzt sind wir fast fertig mit der Danksagung. Am Ende der Vorlesung muss man aber auch noch den wichtigsten Leuten danken an der Vorlesung. Und das seid nämlich ihr, weil ihr nämlich gekommen seid und weil ihr zugehört habt und weil ihr so schön mitgemacht habt. Und jetzt könnten wir eigentlich alle nach Hause gehen, wenn ich euch nicht noch eine Zugabe versprochen hätte. Und mit dieser Zugabe müssen wir es jetzt auch ernst nehmen, das kommt jetzt eigentlich, gut, jetzt hätte ich noch zwei Bilder gehabt, aber der eine Punkt ist jetzt, ihr geht nach Hause und wenn ihr nach Hause geht, dann hoffe ich mal, dass in der Weihnachtszeit genug Zeit ist, dass ihr euch auch mal eine Wunderkerze anmachen könnt und dann mal gucken könnt, wie schön das ist, wenn die Funken fliegen. Und wenn ihr dann das ganz genau beobachtet, dann seht ihr vielleicht auch wirklich, wie das so schön abbrennt und wie einzelne Verbrennungsvorgänge passieren. Und dann kann man sich überlegen, Wunderkerzen sind eigentlich das große Thema für Weihnachten. Was kommt nach Weihnachten? Silvester. Und da gibt es auch riesengroße Wunderkerzen. Die sind so groß, dass man die gar nicht mehr in einem Raum anzünden kann, aber die funktionieren eigentlich ganz genauso. Diese Silvesterfeuerwerkskörper sind eigentlich eine Wunderkerze in groß. Und damit ihr das glaubt, hat der Herr Schmohl noch ein letztes Experiment vorbereitet. Konzentration. Jetzt kommt die Zugabe. Nämlich, der Herr Schmohl hat eine ganz große Wunderkerze, die so groß ist, dass auch in der letzten Reihe die Leute, die Kinder ohne Kamera sehen können, wie die abbrennt. Und dazu müssen wir nochmal Licht ausmachen und ganz ruhig sein. Das ist noch nicht die Wunderkerze, das ist nur die Zündschnur. Ich muss mal auf die Seite gehen, damit du auch sehen kannst. Ich muss jetzt mal ein bisschen finden. Ein was? Können wir gleich das noch der Übergabe machen? Können wir machen. Liebe Kinder, man sieht deutlich und hört es vor allen Dingen, dass es euch ganz toll gefallen hat und ihr habt ja auch hier alle unterschrieben, fast alle und als Dankeschön übergeben wir jetzt diese Liste über den ganzen Unterschriften dem Professor für diesen tollen Vortrag. Herzlichen Dank. Ja, schönen Dank Kinder. Das war's. Ich, doch, ich habe gesagt, ich bin bereit, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne nach vorne kommen und Fragen stellen, ihr könnt auch gerne nach vorne kommen und euch so ein bisschen die Experimente angucken, aber ich bitte euch, geht nicht an den Tisch und fasst die Sachen nicht an, weil die können noch sehr heiß sein und man kann sie schmutzig machen. Und ansonsten kommt gut nach Hause. Vielen Dank.